GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turck. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, herzlich willkommen zu GrazCast. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und dass wir heute bei Ihnen hier im Regierungs-Sitzungszimmer drehen dürfen. Sehr gerne. Bevor wir jetzt starten, darf sich mein Kollege, der Dominik, noch kurz vorstellen. Hermann Schützenhöfer absolvierte ursprünglich nach seinem Pflichtschulabschluss eine kaufmännische Lehre in Kirchbach in der Südoststeiermark. Er 1970 in die Politik einstieg. Hermann Schützenhöfer begann seine politische Laufbahn als steirischer JVB-Landessekretär. 1976 wurde er steirischer JVB-Obmann und 1978 Landessekretär des ÖAAB. Nach vielen weiteren Stationen wurde Schützenhöfer im Jahr 2000 Landesrat für Personal, Jugend, Pflichtschulen und Wohnbau. 2005 wurde er zum ersten Landeshauptmann-Stellvertreter gekürt und ist seit 2015 Landeshauptmann der Steiermark. Sein politisches Credo lautet soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Hermann Schützenhöfer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Schützenhöfer, Sie sind vor wenigen Monaten 70 Jahre alt geworden. Es ist ein Alter, wo die meisten Österreicher und Österreicherinnen doch eher schon im Ruhestand sind. Was gibt Ihnen nach wie vor die Motivation, derart aktiv zu sein? Ja, ich bin, soweit ich es selber beurteilen kann, so halbwegs gesund. Ich habe viel Mut und Tatkraft und denke mir, in dieser Situation ist es gut, wenn ich weiterhin an der Spitze unseres Landes stehe. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzerhand kommt jemand zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie machen. Was würden Sie in aller Kürze antworten? Ich bin der Landeshauptmann dieses schönen Bundeslandes, dieses grünen Herzen Österreichs und ich versuche, alles zu tun, damit die Steirerinnen und Steirer eine gute Zukunft haben, Arbeit haben, Einkommen durch eigene Arbeit haben. Wir kommen zur ersten Runde unserer spontanen Entweder-Oder-Fragen in unserem Format. Auto, Öffis oder Fahrrad? Ja, ich bin ja von Bad Radkersburg bis Bad Ause unterwegs und die Termine sind ziemlich zeitlich eng gedaktet. Eher Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Immer mehr Frühaufsteher. Es hat sich gewandelt, aber da spielt sich im Kopf alles ab zur Vorbereitung des Tagesplans. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Naja, das hat sich auch gewandelt. Also ich bin schon ein paar Mal über die Treppe gegangen, aber ehrlich gesagt, ich fahre ganz gern mit der Bahn. Das ist wunderschön, von unten nach oben gerade zu sehen. Punschtrinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Ja, weder das eine noch das andere habe ich aktiv gemacht. Also ich trinke schon gern ein gutes Glas, aber bei den Punschtrinkern bin ich nicht so recht dabei. Aber eher als in der Augartenbucht sozusagen ein Sonnenbad zu nehmen. Und eher gehe ich dort mit meiner Frau, aber auch das habe ich erst einmal gemacht, seit das Murkraftwerk eröffnet ist, spazieren und sehe, wie toll das geworden ist. Kasematten oder Dom im Berg? Ja, Kasematten, auch im Dom im Berg war ich immer wieder, aber eher Kasematten, da finden großartige Veranstaltungen statt. Und? Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Sowieso nicht. Das haben die Kinder, wie sie jung waren und jetzt die Enkel gerne gemocht, aber ein Buttersemerl mit selbstgemachten Marillen-Marmeladen meiner Frau, schlägt alles. Anlässlich Ihres 70-jährigen Geburtstages wurde auch Ihre Biografie veröffentlicht. Jetzt ein bisschen an die denkend, was würden Sie sagen, wenn wir Sie jetzt in aller Kürze bitten würden, uns Ihren Werdegang zusammenzufassen? Naja, dass ich ein typischer Selfmade-Man bin, einer, der sozusagen aus der Bevölkerung heraus gekommen ist, die Rauberleiter hochmarschiert ist, ein Berufspolitiker, 52 Jahre sind es ja mittlerweile, das ist selten geworden, das soll es auch nicht allzu oft geben. Aber man braucht das eine und das andere. Man braucht die Routiniers, die die Mechanismen kennen und man braucht die Quereinsteiger, die eine kurze Zeit in der Politik sind. Und auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz? Naja, es war 1984, da habe ich gegen Widerstand des ÖGB, der gesamten SPÖ, erst recht der ÖVP aus Wirtschaftskreisen, den Mindestlohn durch Arbeit verlangt. Den haben dann interessanterweise die Koalitionsschüssel Riesbasser in das Regierungsprogramm in der Form aufgenommen, dass man gesagt hat, die Kollektivvertragspartner werden aufgefordert, Kollektivverträge betreffend eines Mindestlohns abzuschließen. Ich hätte gerne einen Generalkollektivvertrag gemacht, aber es war ein Anfang und aus dem Anfang ist eigentlich ein gutes Ergebnis geworden. Der zweite Punkt, ja, das sind natürlich die Reformen, die ich zusammen mit dem Franz Wobis durchgeführt habe, von 542 auf 286 Gemeinden. Das war, wie man so schön sagt, ein lebensverkürzender Vorgang, weil es viele Widerstände gegeben hat. Aber das ist eine Reform, auf die wir heute stolz sein können. Und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die damals so quasi die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich getroffen haben, sagen wir heute Rechthauskopp und hier ist Märzamt geweckt. Wie kann man sich jetzt Ihren typischen Arbeitsalltag als steirischer Landeshauptmann vorstellen? Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Das sind Interviews, wie wir sie gerade führen, das sind Besprechungen mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, das sind so Art Sprechtage, die aber zeitlich eingeteilt werden, dass niemand lange warten muss, mit Bürgern, die ein Anliegen dem Landeshauptmann vorbringen. Das sind Touristiker, die kommen mit neuen Projekten, das sind Regierungsmitglieder aus welcher Partei auch immer, die kommen und sagen, ich möchte das und das in die Regierung einbringen, wo wir darüber diskutieren. Und das tue ich immer mit dem Vorbehalt, auch ich bin nicht der Weisheit, letzter Schluss. Und abends, ja, jetzt beginnt ja das wieder, gibt es natürlich Veranstaltungen, Samstag, Sonntag bin ich jetzt wieder sehr stark draußen in den Gemeinden und das ist das, was mich eigentlich persönlich auch aufbaut, der Kontakt mit den Menschen. Was macht Ihnen an der Politik am meisten Spaß? Eben der Kontakt mit den Menschen, wie jetzt bei der Südsteiermark-Klassik, da freut man sich natürlich, dass man als Jahrgang 52 Boliden begegnet, die 1907, 1908, 1970, 1917, 1950 gebaut wurden, also älter sind als ich. Und das ist einfach toll zu sehen, wie Menschen, sind meistens ja Leute, die auch Geld haben, alte Boliden aufpolieren, wochenlang daran arbeiten, dass sie überhaupt an den Start gehen können. Aber es sind natürlich auch die Gespräche mit jenen, die Freitag für Freitag für den Klimaschutz, für die Umwelt demonstrieren. Man kann immer voneinander lernen. Ich bin neugierig, ich bin lernbegierig und ich weiß nicht alles besser als die anderen. In unserem Format fokussieren wir uns auch ganz stark auf die Stadt Graz. Daher die Frage an Sie, was ist denn Ihre Vision als Landeshauptmann für Graz? Graz ist eine tolle Stadt. Das hat ganz sicher auch mit dem Siegfried Nagel zu tun, der lange Bürgermeister war. Auch der Alfred Stingl hat das auf seine Art gut gemacht. Die Stadt hat sich grandios entwickelt. Denken Sie, was da alles in der Messehalle im Grazer Kongress stattfindet. Vom Dalai Lama bis zu Wetten, dass und zu Wettkämpfen und großen Diskussionsveranstaltungen haben wir alles in Graz. Wir sind eine Sportstadt, in der eigentlich alle Arten von Sport durchgeführt werden können. Wir sind eine Wirtschaftsstadt, eine Stadt, in der sich die Wirtschaft wirklich gut entwickeln kann. Kultur, Tourismus, auch das Religiöse. Wir sind eine Multikulti-Stadt mit sehr vielen unterschiedlichen Meinungen, Zusprüchen, Widersprüchen. Das schätze ich sehr, denn es wäre ja nicht gut, würden immer alle der gleichen Meinung sein, das ist bei Gott nicht der Fall in Graz. Und für die Entwicklung wünsche ich mir, dass wir das Zusammenleben fördern, miteinander, statt nebeneinander oder gar gegeneinander. Und dazu kann jede und jeder Bürger etwas tun. Wir wollen jetzt nur einmal und auch wirklich nur ganz kurz das lästige Thema der letzten zwei Jahre ansprechen. Und zwar Kritiker bzw. kritische Stimmen haben Ihnen ja ihre Vorreiterrolle als Befürworter einer Impfpflicht gegen das Covid-19-Virus sehr übel genommen. Was entgegne Sie dieser Kritik bezogen auf den damaligen Zeitpunkt? Ja, schauen Sie, ich sage grundsätzlich, Politiker sind dazu da, um das Richtige populär zu machen. Bin ich dazu nicht in der Lage, muss ich noch immer das Richtige tun, auch wenn es Widerstand bringt. Die Impfpflicht war so ein Thema. Ich war einfach der Meinung im Juni 2020, dass man eine solche Impfpflicht braucht. Sie ist dann gekommen, zu spät gekommen und hat nicht mehr gewirkt, weil man ja gleichzeitig alles mit fünften Wert sozusagen aufgelassen hat. Wer soll sich da impfen lassen? Es tut mir im Herzen weh, dass es da so viele Gegnerschaften gegeben hat und gibt. Ich habe in meiner ganzen politischen Tätigkeit nicht so viel Widerstand, so viel Widerspruch, so viele bösartige, untergriffige Briefe bekommen bis hin zu Drohungen, ja gar Morddrohungen. Aber ich habe es für gut gehalten und bleibe dabei, es wäre gut gewesen, sie zu machen. Um wieder über Graz zu sprechen, wie tragen Sie denn in Ihrer Rolle als Landeshauptmann dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen? Ja, erstens einmal kriegt Graz, ich bin ja als Referent zuständig für Graz, auch bei der Frau Bürgermeisterin LKK, die ich angelobt habe, durch einen doch beträchtlichen Anteil an den Bedarfszuweisungsmitteln und auch dadurch, dass man halt der Stadt Graz in der Wirtschaft, in der Sport, in der Tourismusentwicklung, auch in der Frage des Erhalts von historischen Bauten dazu zählen, die Denkmäler, die Kirchen außerhalb der Bedarfszuweisungsmittel etwas tut. Und mein wichtigstes Anliegen ist, dass man, die Städte werden ja größer, der Zuzug ist da, ob man will oder nicht, dass man jungen Menschen eine attraktive Wohnung zu leistbaren Preisen auch in der Zukunft geben kann. Der Arbeitsplatz ergibt sich dann sowieso. Das ist nicht mehr das große Problem. Es ist eher das Problem, dass wir die offenen Stellen besetzen können. Dann machen wir jetzt wieder den Schwenk zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GERK oder Sturm? Naja, ich sage immer, Sturm ist keine Religion, Sturm ist kein Verein, Sturm ist eine Lebenshaltung. Aber ich wünsche mir den GERK, denn das Darby ist das Darby. 8010 oder 8020? 8046 ist meine Postleitzahl in Graz, Oberantritts in St. Freit. Bier oder Wein? Wein. Weißwein. Weltmeisterlich. Der steirische. Aufsteirern oder Grazathlon? Nein, ganz eindeutig aufsteuern. Das hat ja der Leo Schöckl erfunden. Eine ganz tolle Geschichte, wo sich eben Stadt und Land die Hand geben, wo die jungen Menschen in ihren Trachten daherkommen, die Eltern gerne die Stadt besuchen und wo das steirische Lebensgefühl, die Lebensart einfach auch nach außen getragen wird. Das brauchen wir. Ich sehe es ja jetzt. Jetzt sind wir wieder im Aufbruch aus dieser Corona-Zeit in der Hoffnung, dass es im Herbst nicht wieder zurückpendelt. Die Menschen wollen miteinander reden, wollen miteinander etwas essen, wollen miteinander einen Schluck trinken, wollen miteinander zusammenkommen, auch streiten. Das gehört ja zur Kultur dazu. Und dazu kommt natürlich der Frühling. Der Sommer ist nicht mehr weit weg. Das sind Dinge, die sozusagen den Pulsschlag der Steirerinnen und Störer im grünen Herzen Österreichs höher schlagen lassen. Plaputsch oder Schöckl? Ich war wenige Male am Plaputsch. Eher Schöckl. Da war ich oft. Aber der Sturm Paula hat mir das ein bisschen vermisst. Jetzt gehe ich eher auf die Burgstallerhöhe. Das ist auch schön. Da sieht man Nachbarseil. Da sieht man auch hinein in die anderen Gemeinden in Nähe der Teichalm. Und da bin ich gerne, um die Gedanken zu ordnen, ich gehe ja in Wahrheit ganz gern auch allein. Weil ich bin immer unter den Menschen, habe die Menschen gern, aber man braucht dann auch die Zeit, wo man unterwegs ist. Da kommen Ideen, die man später vielleicht verwirklicht. Der oder das Teller? Der bei uns ist gebräuchlicher, glaube ich, der Teller. Aber Hauptsache, es ist am Teller etwas drauf. Nach all dem, was Sie jetzt im sehr erfahrungsreichen politischen, aber auch insgesamt Leben erfahren haben, was würden Sie heute rückblickend dem 18-jährigen Ich raten? Das ist eine Frage, die ich, Entschuldigung, immer ablehne, weil ich mit 70 mehr weiß als mit 18 und ich mit 70 nicht mehr 18 werden kann und daher auch keinen Rad erteilen kann. Zu meinen runden und halbrunden Geburtstags werde ich immer gefragt, was würden Sie anders machen? Ich sage immer, unbeantwortbar, denn ich komme nicht, soweit ich es weiß, ein zweites Mal auf die Welt. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass... Wir leistbare Wohnungen haben und gleichzeitig auch schauen, dass sozusagen der Beton in der Stadt nicht überhand nimmt. Ziel mit dem, was wir da tun, mit dem Format, ist es einerseits so spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, aber auch vielleicht zu versuchen, unseren Zuhörerinnen und Zusehern leichter mit den Personen in Kontakt zu kommen. Wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch? Per Mail. Das ist überall angegeben auf den Internetseiten des Landes, per Telefon. Da ist meine Nebenstelle überall abzulesen, auch wenn ich unterwegs bin bei Menschen. Ich war gestern in etlichen Gemeinden der Steiermark unterwegs. Da wird man angesprochen, da schreibt man sich was auf. Hat man einen Sekretär mit, ist gut, hat man keinen mit, schreibt man es selber rauf. Ich bin ja da gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eher großzügig. Also ich muss nicht immer am Samstag zwei Leute mithaben. Es sei denn, es sind viele Veranstaltungen, dass das überhand nimmt, was man da alles notieren soll. Aber das wird notiert. Zum Beispiel habe ich dann am nächsten Tag, wird das telefonisch mit Regierungsmitgliedern, mit Mitarbeitern des Büros, mit Abteilungsleitern besprochen. Da bin ich angesprochen worden, da bin ich angesprochen worden. Was kann man machen? Sozusagen auf legale Art. Wir dürfen ja nicht Dinge tun, die außerhalb der Gesetze oder der Verordnungen sind. Aber es gibt genug Dinge, die man machen kann, die im Rahmen des Möglichen sind. Und insofern ist man auch für die Menschen da. Welche Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern gegen Ende hin gerne mitgeben? Dass wir wissen müssen, dass Frieden, Freiheit und Wohlstand nicht geschenkt sind. Sondern, dass wir in einer Zeit leben, in der junge Menschen, auch Ältere wie ich, miterlebt haben, wie der eiserne Vorhang fällt, der Stacheldraht zerschnitten wird, die Mauer fällt. Und dass ich heute nach Marburg, dass ich heute in die ehemalige JSSR, dass ich heute nach Ungarn, nach Warschau reisen kann, ohne dass mich jemand fragt, woher kommst du, wohin willst du. Das ist eine Freiheit, die die Mütter, Väter, Großeltern nicht gehabt haben. Ich verlange von jungen Menschen nicht, dass sie, so wie ich, 1952, ich habe noch mitbekommen, wie das ist, zwischen oben und unten, leben. Denn junge Leute können nichts dafür, dass sie in Frieden und Freiheit und in Wohlstand aufwachsen. Aber ich halte es geschichtlich für notwendig, dass alle wissen, es kann in der Sekunde anders sein. Es kann in der Sekunde so sein, dass das, was wir um 19.30 Uhr im Fernsehen sehen, bei uns stattfindet. Und daher gilt es immer, und das ist mein Appell an junge Leute, mitzumischen, sich zu interessieren, was machen diese Parteien, was machen sie falsch, was könnte man besser machen. Und selber einzusteigen, denn wer nicht regiert, mit dem wird agiert. Und das geht dann oft gegen die Menschen auch aus. Das Wichtigste ist und bleibt das freie Wort, die freie Meinung, die Meinungsfreiheit. Damit hängt ja das Menschenrecht zusammen. Und wenn das belastet wird, dann gibt es soziale Unruhen, dann gibt es Bürgerkrieg, dann gibt es Krieg. Und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Ach Gott, da gibt es viele, aber schon St. Veit. Josi Greiner hat immer gesagt, dass das Dorf in der Stadt, weil da ein Teil von Weinitzen, Stadeck und Oberandreiz dazu gehört, mit dieser schönen Kirche in Graz, St. Veit im Norden, wenn Sie rausfahren, da bin ich schon gern. Und da wohne ich auch. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal Einmal im Leben am Schlossberg gewesen sein, und zwar zu Fuß. Ich war oft oben, weil es gibt ja Veranstaltungen auch, ich kann mich gut erinnern, das darf ich vielleicht erzählen, als der damalige deutsche bayerische Ministerpräsident Seehofer einmal bei mir in Graz war, wir sind mit der Schlossbergbahn rauf, und der hat Hunger gehabt, wollen wir etwas essen. Und er ist aber dort am Ende der Schlossbergbahn im Garten gestanden, hat Graz angeschaut und ist ohne Essen und Trinken weggefahren. Er hat sich nicht satt sehen können, wie schön diese Stadt Graz ist. Das hat mich sehr berührt. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist, dass... Wir zum Beispiel in der Burg eine Kapelle haben, die jetzt restauriert wird. Und die letzte Frage, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war? Die letzte WhatsApp-Nachricht war ganz sicher an meine Enkel, denn die sind jetzt, die Johanna ist vier, der Matthias ist zwei, soweit, dass sie den Opa ganz gerne sehen. Und da schreibe ich ihnen dann halt, ich rufe zurück oder schicke ein Bild und die schicken mir Bilder, natürlich macht das ihre Mutter oder der Vater. Und ja, diese WhatsApps, diese Nachrichten, das Handy überhaupt, kann auch ein Fluch sein. Aber in dem Fall ist das eher ein Segen. Auch wenn man am Berg ist, wenn einem schlecht würde, ist es gut, dass es das Handy gibt. Und die Bilder, ja, da schaue ich gerne, weil da sieht man die Kinder in einer Art heranwachsen, wie wir das nicht gehabt haben. Da hat es einfach weniger Bilder gegeben. Man muss es nur richtig einsetzen. Und WhatsApp ist etwas Wunderbares. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Es war sehr interessant und spannend für uns und auch eine Ehre für uns. Und ja, wir hoffen auf ein Wiedersehen. Ich bedanke mich und alles Gute Ihren Bemühungen. Und ich bin schon gespannt, wer mich anruft aufgrund dieses Interviews. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.